Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und wir machen heute gemeinsam am 30.11. des Jahres 2022 einen Rundgang durch unseren Schnäppchenkeller und unseren Showroom. Heute fangen wir mal im Schnäppchenkeller an. Ich sitze hier auf einer ganz tollen Job Chessler. Warum ist die so toll? Erstens hat sie einen Samtvelour, einen samtigseitigen Velourstoff, richtig zum Wohlfühlen und zum Zweiten können sie diese Chessler noch vergrößern, dass sie wirklich viel Platz zum Rümmeln haben, neu bei uns eingetroffen. Was wir auch viel bekommen haben, neu, sind Sofas. Und zwar hier sehen Sie zum Beispiel die beiden Stoffsofas von Koinor, die neu sind. Hier drüben haben wir viele Sofas bekommen von Himmola mit Funktion, mit Ausziehfunktionen, vollintegrierte Funktionen, teilweise Herzwaage, teilweise Wallfree. Da müssen Sie einfach mal durchstöbern. Hier wieder Koinor, hier wieder Himmola. Das sind im Moment unsere beiden Top-Lieferanten. Bettsofas. Kriegen Sie Gäste über Weihnachten, dann empfehle ich Ihnen ein sofort verfügbares Bettsofa. Die Auswahl ist groß. Sogar ein Lederbettsofa haben wir im Moment. Jetzt gehen wir da rüber und da habe ich wieder was Tolles Neues bekommen. Und zwar die kleinste Sofagruppe der Welt. Zwei Lersit in Samtvelour Baby Blue. Für mich ist das eher ein Aquaton, aber gut. Sie brauchen bloß 1,30 Meter in der Breite Platz pro Stück und ca. 90 Zentimeter in der Tiefe und haben zwei vollwertige Sofas für zwei, die sich mögen. Von meinem Freund Thomas Machalke. Garnituren, 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 Garnituren. Hier kommt vor Weihnachten noch einiges. Wir haben hier sehr gut verkauft in den letzten Wochen. Aber wir haben auch ganz tolle neue Sachen bekommen, wie zum Beispiel hier diese Harriet von Koinor mit elektrischem Sitzrückenverstellung. Die ist jetzt nicht angeschlossen, aber Sie können die in der Tiefe verstellen mit einem ganz tollen Leder in einer klassischen Form. Ein absolutes Mega-Schnäppchen. Jetzt möchte ich mit Ihnen hier mal referieren über das Thema Einzelstühle. Wir verkaufen sehr viel Einzelstühle und hier sehen Sie, wie sowas wirken kann. Wir haben an diesem Tisch sechs verschiedene Stühle. Ein schöner Auszugstisch von Wen Jakob. Das wollte ich Ihnen noch zeigen. Geht butterweich hier. Zack. Jetzt müssen wir natürlich diesen Stuhl etwas wegstellen. Und diese Stühle wirken viel besser, wenn es sechs verschiedene sind, meine Meinung, als wenn es sechs gleiche wären. Und damit erzeugen Sie Spannung in Ihrer Wohnung und haben dann natürlich auch selber mehr davon. Ich empfehle Ihnen Einzelstühle. Achten Sie vielleicht darauf, wie ich es hier getan habe, dass die Fußausführungen ähnlich sind. Hier alle mit Holz. Oder beim nächsten Tisch ein Modell, zwei Bezüge in der gleichen Fußausführung schwarz. Oder auch hier Fußausführung schwarz. Dann kann man sehr viel mixen, weil Sie das verbindende Element haben. Dagegen hier relativ langweilig. Fünf Stühle, eine Bank. Gut, hat auch seinen Charme. Ich empfehle Ihnen Einzelstühle. Einzelstühle. Mixen Sie Einzelstühle, dann haben Sie Ihre persönliche Note. Love Seeds. Love Seeds sind auch ein Riesenthema. Ich habe hier zwei ganz tolle kleine Sofas bekommen von meinem Freund Thomas Machalke. Hier in einem butterweichen Dickleder. Eine kleine Liebesinsel für zwei, wo man richtig drin sitzt oder da ein neues Love Seed mit Seitenteil und Rückenverstellung. Finde ich auch gut. Zack, zack. So ist es ganz kubisch, klein. Und wenn Sie das nach außen drücken, wird es größer. Solche Teile liebe ich. Das Besondere für Ihren Wohnraum. Was wir auch sehr gut im Moment verkaufen, sind kleine Winkelecken. Hier habe ich eine neue bekommen. Eine Winkelecke. Eine Trapezecke von Hukla, die mechanisch, also manuell funktioniert. Sie haben hier einen kleinen Hebel. Das ist für den Rücken. Durch Druck kommt das Fußseil raus. Den Mitteltisch können Sie ein- oder ausklappen. Sie brauchen hier nur ungefähr 2,15 Meter Platz und haben drei vollwertige Sitze und haben eine Riesenbequemlichkeit für 1.750 Euro. Auch neu ein Mustering-Modell in Büffelleder. Helmut, jetzt gehen wir hoch. Schnäppchen, Keller beendet. Oben hat sich natürlich auch sehr viel getan. Wir haben sehr viel abverkauft und wir bekommen gerade fast wöchentlichen Zugware und packen aus, packen um, packen ein, wie es so ist. Wir haben hier zum Beispiel zwei tolle Job-Garnituren. Dies ist die erste. Im Moment das erfolgreichste Job-Modell mit Sitztiefenverstellung. Hier können Sie im Sitzen machen. Hier in Leder Schlamm. Eine Riesenecke. Vorne sehen Sie das gleiche dann noch in Leder Schwarz. Helmut, dreh dich mal um 180 Grad. Weg von mir. Weiter, 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 weiter. Das ist die zweite Trapezecke. Diesmal von Himmola elektrisch. Also Trapezecken sind gefragt. Hier habe ich was ganz Besonderes. Und zwar das Sofa Abel von Tommy M. Hier mit Handbrandzeichen extra auf einem Rückenkissen verarbeitet. Weil das ist was ganz Besonderes. Es gibt in Südamerika diese Tradition, die Rinder zu kennzeichnen per Hand mit einem Brandzeichen. Und das wurde hier extra im Rücken verwendet. Ja, rechter Hand seht ihr die Front unserer Relax-Sessel. Hier noch schon wieder mit Lücken. Aber wir haben noch ein paar bekommen. Der ist auch ganz neu. Hier ist die zweite Job-Ecke. Die gleiche Ecke in Leder Schwarz. Etwas kleiner. 3.990 Euro sofort zu haben. Und Helmut, füllen mal kurz hier rein. Diese Sessel werden heute Morgen und übermorgen ausgepackt. Und dann werden die auch noch eingestellt und sind sofort verfügbar. Wir gehen in den zweiten Bereich hier. Wir haben hier unser Sofa Tommy M. In Leder Schwarz. Was ganz Klassisches mit farbigen Kissen. Wir haben hier noch ein paar Ben Jakob-Tische. Auch mit tollen Auszügen. Und wir haben hier eine neue Hukla-Garnitur. Eine Garnitur-Hukla mit einer neuen Funktion. Und zwar können Sie hier, Sie sehen das, das Longchair ausziehen. Und das wird dann fast zum Bett. Hier kann also jemand schlafen oder das Fernsehprogramm verschlafen. Das ist schon was ganz Besonderes. Hier die Bank Octopussy von Coinor. Wir kommen jetzt zu unserem Eingang. Und im Eingang steht eine Variante der Garnitur. Phoenix, Marilyn Monroe. Phoenix heißt Variablo Manson. Für 4.444 Euro. Alle Sitze drehbar. Alle Sitze feststellbar. Was ganz Besonderes mit maximalen Verstellmöglichkeiten. Alles manuell. Ohne Elektrik. Mein Highlight. Deshalb habe ich es im Moment nach vorne gestellt. Ja, die nächsten Wochen werden intensiv. Wir erwarten vor Weihnachten noch drei, vier LKWs. Mit tollen Schnäppchen. Und zum Ende zeige ich Ihnen noch was ganz Besonderes. Helmut, komm mit. Hier ein Ohrensessel. Einen modernen Ohrensessel von der Firma Himmola. Für die Kollektion Job. Den ich wunderbar verstellen kann. Wo ich wunderbar kombinieren kann. Zu einer schönen Form, schönen Design orientierten Garnitur. Wie zum Beispiel diese Garnitur von Himmola. Ja, das war es für heute mit unserem Rundgang. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns mal hier in 72186 Empfingen besuchen. Für heute verbleibe ich, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de W超. Wie zum Beispiel.